Tag zusammen und herzlich willkommen bei Romjojo Soldier. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag und ich bin nicht da. Ihr könnt mich trotzdem hören, weil dein Wunder ja das nicht mehr vorher aufnehmen. Und ja, Bocki von Gamegang, die ist natürlich mit am Start und wir spielen wieder Pro Club. Hallo und Joe, das war ein Fail. Was war jetzt der Fail? Wir haben jetzt den zweiten Weihnachtstag. Ich bin zwar nicht da, ihr könnt mich aber hören. Ja, hallo. Warum ist... Oh, scheiße. Und sowas spielt beliebig. 1-0. Ne, oh, ich dachte schon. Was ist denn der Fail? Ist das so? Alter. BVB spielt gegen Schalke und es steht 1-0 für Schalke. Das wird Herrn Poncho von AngespielTV sehr freuen. Das war die beschissenste Floh-Club-Aufnahme ever. Alter. Alter. Wir haben ziemlich viele Glatzen im. Ich bin völlig übermüdet Ja den wollte ich ja nicht angreifen, weil der Hepatitis hat Oh Gott, oh Gott, oh Gott Niveau singt Was für Niveau? Der hieß doch Hepatitis Ja, das weißt du Ja, willst du sowas anfassen? Alter Ja, das Spiel ist auch, die Taste ist so ausgebaut Das wird aber auch voll kacki Leider Ne, das war gut, das war gut Weil ich nämlich keine Zeit habe um noch für Mittwoch hochzuladen Aber das geht halt nicht Was willst du am Mittwoch hochladen? Was? Was willst du am Mittwoch hochladen? Mittwoch ist Midweek Random Madness und da kommt immer was Sollte noch irgendwas anders kommen Letz, diesen, nee, letzten, diesen letzten Mittwoch Komm ja, Battlefield, unsere wundervolle Aufnahme Im Multiplayer Ja, und weil wir heute den zweiten Weihnachtstag haben Ja Könnt ihr ja uns hinschauen, was ihr zu Weihnachten bekommen habt Richtig Falls ihr überhaupt bekommen habt Und überhaupt Kommentare schreibt Und überhaupt dieses Video kommt Gell, anschaut Genau Nicht vergessen Abonnieren, favoritisieren, teilen Oh Oh Und Ja, so geht's auch, natürlich Nicht Oh Gott Ja Ja 0-2 Das war gut Das war wirklich das Schlimmste Spiel Nein Quatsch Nach oben ist noch genug Platz Ja 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 Wissen nicht, was die Zukunft bringt, ne Oh Gott Ja 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 Das wäre immer voll geil so Was? Weil bist du um Strafschaum zu kommen? Wie so früher auf dem Nintendo DS hier FIFA 07 mit Ronaldinho auf Schwierigkeitsstil leicht Einfach immer durchlaufen, durchschießen Ansturz Kannst du ja hier auch Gleich das Kannst du auch einfach durchlaufen Sicher Ja Ja Hast ausgerührt Ja Also hier heißt es das Anfänger Fürs Selbstwertgefühl Fürs Selbstwertgefühl Naja, das heißt auch bei 07 ist Anfänger Ja, aber das geht Also wenn du nicht am sprinten bist und dann wirklich normal gehst, ne Ja Kannst du einfach schon daraus durchlaufen Leut Aber sobald du sprintest, ne, greifen wir dich an Ach, klappt hier leider nicht so Pfff Pfff Naja Ja Läuft Nicht Pfff Ja So Ja Fingern Po, Mexiko O Loll Schieeees Digger Schieeees Oco hat den hätt ich einfach annehmen sollten, Alter Das war so hohl Heute 4.15 Uhr erst im Bett gewesen und um 11 Uhr aufstehen. Äh, Party? Scheiße. Ja, das wäre ein schönes Tor gewesen. Ja, das ist so viel billiger, toter Fein, aber so ein geiles Ding, ne. Okay, hältst du oder was? Ja, das geht. Muss ja zeigen, dass wir nicht unter der Würde sind, ne. Aber du spielst alle. Ich lauf einfach nur hin und her. Off-Commentator. Wir fangen sowieso gerade ab. Ob wir die höchste Niederlage in ganz FIFA 2014 jetzt erreichen werden. Stimmt, 4 Tore in 33 Minuten. Scheiße. Oh Gott. Dieser Link darf Poncho niemals erreichen. Was wir mit der Mannschaft hier anstellen. Wahnsinn. Sie hatten auch die Vorteile. Es gab keine Vorteile. Also der Referee gab es ein bisschen zu schießen. Und er schießt es nach dem Fall. Äh. Pass mal zu mir, falls du es schaffst. Hier vorne. Hier. Doch, ich versuch mich. Der steht direkt neben dir. Ja, du schaffst es sowieso nicht reinzuschießen. Ja. Kann ich nicht... Was hast du einen zu mir nicht verstanden? Ich hab sie dir gepasst. Was kann ich dafür, wenn der Tip da rennen... ...hin rennt? Oh. Immer schön zum Ball, ne? Kannst auch vom Ball weglaufen. Abseits. Nee. Scheiße. Das wär's noch nicht gewesen. Lauf! 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 Lauf, lauf! Auflauf, oder? Ja, den bekommst du, wenn Poncho sieht, was wir hier komplizieren. Ja, ich, ne? Du nicht, ne? Sagt er wir. Was? Was ist denn das? Was? 5-0. Wie geht denn das? Wie? Na hallo? Guck das doch mal ein. Ja, mit dem Kopf. Gesehen? Ja, aber... Ey, das ist abnormal. Genau. Und vor... Alter! Was machst du denn? Spiele wieder... Oh, scheiße. Ja, du spielst wieder scheiße. Entschuldigung, du spielst wieder... Oh, scheiße. Oh, halleluja. Oh, ho, 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 ho! Na, du spielst du über die Erleitung? Jörgl, das ist sicher, dass er ein Tor ist! Das ist das Tor ist der Tor! Und dann hat er sich auf den Tor, denn er hat das in der Flucht nicht richtig richtig, weil er in der Mitte neulanght. Prozent einundzwanzig wir spielen mit einem weil du ja so viel machst würde er was machen aber ja gut, du kriegst auch nicht ein Ball noch oh Schott, ja komm, geht doch ich wollte schon sagen Alter das gibt's doch nicht 6-0 geht ja noch ja, die erste Halbzeit 6-0, ich bin halt so 12-0 ist möglich, ist möglich ich bin so tot ach naja, wegen einem Spiel ist eigentlich es sind nur drei Punkte also, naja was soll's, ist das Spiel dass wir aus dem Popo Club disqualifiziert werden weil, äh, Miga 4 und hast du den nicht gegründet? was? hast du den nicht gegründet? ich hab die gegründet, ja das ist aber auch ärgerlich, dass er hier nicht durchgeht was? es war eine gute Interception in seiner eigenen Defensivzone vorher schon optimal gepasst und sowas also wär gar nicht die Situation ich bleib hier stehen ich bleib hier stehen ich bleib hier stehen wo ist denn, wo ist denn unsere Bank? oh Gott, es gibt's ich bin aber auch extrem müde, um es zu sagen ja, das geht's nicht also vor dem Gästen ja, und alkoholisiert ne, alkoholisiert und zugeschönt und sowas das ist gar nicht, nein aber vor dem Gästen gerade eben besser gesagt bei der Aufnahme sprich, die vermeide ich abends das ging eigentlich noch ganz gut, aber jetzt bin ich doch, äh, ja ja, bei welcher Bank haben wir die Linke oder die Rechte? dort, wo gelbe Spieler sitzen da sitzen ja keine, da siehst du ja nur den Trainer haben ja einen Trainer mit einem schwarzen, äh, Anzug oder mit einem geschraubenen Anzug ja, was soll ich das denn wissen? ach, ich stell mich einfach in die Mitte und das BVB-Zeichen ist und... was soll denn der Scheiß? hast du jetzt schon aufgegeben, oder? wie? nein, ich kämpfe mit auf geht's doch, schieß das Tor wenigstens eins, um... würde wenigstens bisschen zu... ach, ich sag nichts mehr na, oh, ich steh da frei, nein, wo pass er hin? ja, ich dachte, ich spieße halt nicht meinst du dann würde ich auf dem Feld stehen? ja, glaubst du, ich guck da hin das ist ja, du guckst ja nicht hin du bist wie ein Fisch der gegen die Scheibe jedes Mal schwimmt wumms du stehst doch mal weit hinten, ey wer soll dich da vermuten? wer soll dich da vermuten? ja, ich kann mich auch zum Gegner ins Tor stellen damit ich wenigstens das Gefühl habe, in der Nähe vom Tor zu sein mal da angekommen alter wo heu ich? da, alter, da, schrei, passen, nein ja, dich könnte nicht mehr passen, der da erstmal zu tun gab ich weiß nicht, ob du mitspielst der da erstmal zu tun gab, den Bayern zu nehmen ja gut meine Fresse, ey den Elfmeter hatten wir ja noch nicht, ne? ui wie wenn wir nicht kreisdreich sind und aufhangen vom Torwart zu klicken muss ich den nicht noch manuell steuern kommt nur so zwischen Sequenzen dann da, alter ich muss jetzt ein bisschen nach rechts ausschärfen piep 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 ich passe, teile dich mal bitte mit den 20 Personen auf weil ich weiß nicht, wo der Pass hinkommt irgendeine, ja wie das Taxiunternehmen gestern haben ja heute die hatten gesagt, ne wir haben kein Taxi wir wissen auch nicht wann eins frei wird wir schicken eins hin, können aber auch eine halbe oder mehrere Stunden dauern oh Gott, das das sind 10 nach 2 aus dem ja, Club war es jetzt, ist es jetzt nicht direkt, aber sowas in der Art raus 10 nach 2? 10 nach 2, ja und also um 12 hin und 10 nach 2 schaust du oder was? nein, um 8 er geht in der Disco um 8 ne um 9, Quatsch um 9 nein das ist kein das ist also eine Party wo alle möglichen ja Leute sind gerne so also in Hamburg nennt man sowas soziale Einrichtung für Obdachlos Alter ist wieder gut 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 oh Gott warum hab ich passend getrickt ist alter ist ist ja aber du kannst auch nicht mehr ganz klar denken, oder? aber immerhin vorne hatten die 6 Rutsche ne? ja ne jetzt haben die nur 2 voll der Einbruch voll der Einbruch ja ist das so ne Ballphobie? er sieht mir als ob das Problem ist sein Handstring er fühlt sich aber ein Problem ist das wäre tausend Prozentweg hoch minus 1 Tor gewesen hoch minus 1 ja so zu welchem Obst gehört gehören Erdbeeren russer die Gott jetzt jetzt ja ich hä wieso denn Obst das ist ne Steinfrucht aber was für eine? Marmorstein oder eisentrecht da war die erdbeeren nicht oh Gott da waren alle da draußen wir haben wirklich nichts getrunken ich bin einfach nur total müde und Marmorstein und eisentrecht bloß unsere erdbeeren nicht ja 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 beste Folge alter richtige Einstimmung auf Silvester genau mit Erdbeeren die Folge die Folge die Folge die wir haben bist du am dreißigsten da? so? für Pro Club oder so? weiß ich nicht mein Sohn pfff mein Taun mein lieber Jens das warst du ja das war doch kein Foul was hat auch seine Beine da? pfff 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 was denn? pfff was denn? pfff 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 ist das Gameface? pfff 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 was denn los? pfff hast du ja von 7 Zwergen ein Gameface gemacht? pfff 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 was hast du denn damit gemacht? pfff 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 pff nur zwei Tote das ist wirklich schlecht pff pff pf 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 Das war's für heute.